Meine lieben Freunde, lass es geschehen, herzlich willkommen zu The Witcher 3. Heute mache ich mal ein richtig cooles Tutorial zu Gwent, Karten, also dieses Kartenspiel Gwent und wie ihr am besten gewinnen könnt. Also der Anfang ist ganz klar, ihr könnt, wenn ihr jetzt im Spiel auf dieses hier geht und dann geht ihr auf Gwent Kartensatz, dann könnt ihr euch hier schön euren Kartensatz angucken, den ihr habt. Den ersten Kartensatz, den ihr habt, wird das nördliche Königreich sein. So, und das ist auch der Kartensatz, mit dem ihr so anfangt. Das heißt, ihr habt so ein paar Standardkarten mit gutes Wetter, klirrende Kälte, extrem dichter Nebel und strömender Regen. Und die Karten haben alle Effekte und sind für einige Sachen gut und einige Sachen schlecht. Das heißt, ich werde euch jetzt so ein bisschen... Wartet mal, mein Stuhl nervt so ein bisschen. Ich werde euch jetzt so ein bisschen die Grundlagen erklären. Das heißt, ihr könnt gegen fast ein ganz Witcher, gibt es viele Händler, viele Schmiede und irgendwie so random Leute und auch sogar Missionen, wo ihr Karten gewinnen könnt. Das heißt, es gibt Epic-Karten, es gibt... Können wir hier mal gucken... Es gibt Nahkampfeinheiten, es gibt Fernkampfeinheiten, es gibt Belagerungseinheiten, es gibt Heldenkarten, es gibt Wetterkarten und es gibt Sonderkarten. Sonderkarten fallen auch die Wetterkarten drunter. Wartet, Entschuldigung. Oder auch andere Sachen, können wir mal gucken hier. Das sind zum Beispiel Sonderkarten, Finte, Horn des Kommandanten, Verbrennung. Und das sind jetzt Epic-Karten, Heldenkarten. Die werden mit so einem... Oben links mit so einem orangenen Dings markiert. Also die sehen natürlich episch aus und sind dann auch ziemlich stark, die Karten. Sind aber... Das erkläre ich gleich. Okay, da komme ich gleich zu. Dann gibt es, wie gesagt, die Katapult-Karten und, und, und. Euer Deck sollte so aus ungefähr 25 Karten bestehen. Ihr müsst... Anzahl der Einheitskarten, kann ich mal zeigen. Ihr müsst hier mindestens 22 Karten haben. Dazu zählen nicht die Sonderkarten. Die sind alleine für sich. Die Anzahl der Einheitskarten sind ganz normal die Schwertkämpfer, die Burgschützen, die Türme hinten und die Heldkarten. Das zählt alles dazu. Sonderkarten sind nur die... Der stürmende Regen, dichter Nebel, klirrende Kälte und gutes Wetter. Dann gibt es noch den Anführer. Es gibt verschiedene Anführer. Es gibt vier Anführer insgesamt. Die kann man auch gewinnen. Bei jeder Fraktion gibt es immer vier Anführer. Das sieht man hier. Ich besitze leider noch nicht von jeder Fraktion alle, außer von der. Und es gibt natürlich auch verschiedene Karten in Monster. In Kaiserliche Nilfgarde. Nördliches Königreich. Und es gibt Sojatel. Und das sind vier verschiedene Kartendecks, die es bis jetzt gibt. Und mehr ist auch gerade nicht. Das heißt, ihr könnt euch was zusammenstellen aus dem und dem Bereich. Und dann dort ein Deck zusammenbauen. Ich empfehle euch das Nördliche Königreich. Und am besten... Volltest, der Anführer des Nordens. Eine super Karte. Diese Karte entfernt ein einziges Mal im ganzen Spiel. Klirrende Kälte, strömender Regen und extrem dichter Nebel. Also die hervorgerufenen Wettereffekte werden komplett entfernt. Es ist egal, wie viele da sind. Es wird alles komplett gesäubert. Das ganze Feld. Mit gutes Wetter. So mächtig ist das eure gute Wetterkarte, die ihr nicht mitnehmen müsst, die ihr immer drin habt. Da jetzt mal das zu. Erkläre ich mal ein bisschen das. So zu den Karten. Finte ist zum Beispiel eine Karte. Ihr habt jetzt zum Beispiel eine Karte auf eurem Feld, die ihr aber vielleicht nochmal zurück ins Deck holen wollt. Dann benutzt ihr die Finte. Anstatt die Karte, die ihr auf dem Feld habt, legt ihr wieder zu euch in die Hand. Und die Finte liegt dann auf dem Feld. Das heißt aber, euch fehlen auch die Kampfpunkte. Wenn ihr das mal seht, jede Karte hat hier Kampfpunkte hier oben. 15. Das ist jetzt eine Nahkampfkarte. Das sieht man auch mit dem markierten Schwert. Das ist jetzt eine Fernkampfkarte. Die hat aber auch nur 7 Punkte. 7 Punkte. Und dann sind hier unten noch so Sonderzeichen zu. Die auch sehr wichtig sind. Die erkläre ich dann gleich. Ich erkläre erstmal so ein bisschen die Karten einmal durch, damit ihr das kapiert, wie das ungefähr läuft. Und dann zeige ich euch auch nochmal ein oder zwei Spiele dazu. So und dann ist hier Horn des Kommandanten. Horn des Kommandanten kann in einem Feld, also man hat so ein Spielefeld. Das zeige ich euch dann später noch, wenn wir im Spiel sind. Links auf der Seite hat man drei Felder. Und dort kann man Horn des Kommandanten hinlegen. Und alle Einheiten, die auf dieser Linie sind, das heißt jetzt ist es Nahkampf, ist es Fernkampf oder ist es Belagerungseinheiten, die werden alle um das Doppelte verstärkt. Das kann man dann auch hier sehen. Wenn wir hier drauf gehen, dann seht ihr das. Das hebt zwar die Moral, aber dafür macht es taub. Horn des Kommandanten. Verdoppelt die Stärke aller Einheitskarten in dieser Reihe. Maximal eine Karte pro Reihe. Das heißt, die Karte kann nur auf eine Reihe maximal gelegt werden. Du kannst das nicht doppelt legen, weil das wäre dann zu übertrieben. Dann könnte man das, uiuiui, dann könnte man das übertrieben machen. Verbrennung ist zum Beispiel eine coole Karte. Damit kannst du, ganz wichtig, die muss richtig gut eingesetzt werden, wenn der Gegner jetzt zum Beispiel auf einem Feld zwei Zehnerkampfkarten hat. Das heißt, die Punkte, die wir oben schon geklärt haben, ich zeige es nochmal mit der Maus, dass wir hier oben schon geklärt haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Siebenerkarte bei uns auf dem Feld haben und der Gegner hat zwei Zehnerkarten, dann kann man diese Karte einsetzen und lege diese Karte nach dem Ausspielen ab. Entfernt die stärksten oder stärkste Karte, stärksten Karten beider Spieler auf dem Schlachtfeld. Das heißt, sind von dem die Karten stärker als meine ganzen Karten, vernichtet er nur die stärksten Karten beim Gegner. Ganz wichtig. Ich hoffe, das hat man geschnallt. Was hier noch wichtig zu sagen ist bei den legendären Karten, ist, diese Karten sind ausgenommen von allen Sonderkarten und Spezialfähigkeiten. Das heißt, man kann diese Karten nicht mit dem extrem dichten Nebel, strömender Regen, klirrende Kälte oder mit Horn des Kommandanten oder mit Finte, also hier mit Finte oder mit Horn des Kommandanten oder Verbrennung, man kann nichts damit machen. Die Karte ist 15, stark. Die kann nicht von dem Gegner entfernt werden. Nichts. Diese Karte ist von allen Sonderzeichen ausgenommen. Das heißt, ihr könnt sie auch nicht mit Horn des Kommandanten buffen, damit ihr doppelte Schaden bekommt. Von 15 auf 30. Wird nicht funktionieren. Damit wir das mal geklärt haben. Das ist das Wichtige an den Epic-Karten. Dann gibt es Karten mit so kleinen Plus-Härtchen. Die sind ganz wichtig. Die sollte man nicht in der ersten Runde spielen. Denn in der zweiten Runde, also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Runde am Anfang. Dann habt ihr halt das Spielfeld. Ihr legt dann Karten. Und wenn diese Karten weggenommen werden, weil die zweite Runde kommt, dann wird ja neue Karten gelegt. Dann erst so eine Karte mit einem Plus legen. Weil, hier steht es nämlich, wähle eine Karte aus deinem Ablagestapel. Keine Helden oder Sonderkarten. Und spiele sie sofort aus. Das heißt, Helden sind das hier. Diese Legendary-Karten sind Heldenkarten. Und Sonderkarten dürfen nicht. Das sind Sonderkarten. Die dürfen nicht wiedergerufen werden. Aber ihr könnt jetzt so eine normale Karte wie das hier. Die Karte. Die Karte. Ist eigentlich egal. Also diese ganzen Karten könnt ihr alle wieder auswählen. Das ist sogar sehr gut, weil ihr könnt mit einer Karte zwei Karten rufen. Was super. Was sehr, sehr super ist. Dann gibt es noch eine Karte mit sowas hier. Mit einem Totenkopf unten dran. Ähm. Diese Karte ist auch sehr stark. Das heißt, wenn bei dem Gegner im Nahkampf Karten liegen, die mindestens zehn Stärke haben, dann vernichtet er da auf diesem Feld die stärksten oder die stärkste Nahkampfeinheit. Also nur die Nahkampfeinheit wird dann zerstört. Das gilt bei der Karte. Nur Nahkampfeinheit. Es gibt halt, ich will jetzt halt nicht alle Karten erklären. Ähm. Ich erkläre jetzt nur nochmal das Symbol hier. Also, dieses Symbol ist enge Bindung. Legt mal die Karten, also legt mal zwei gleiche Karten, die genau gleich sind. Acht. Und das muss ein Katapult sein. Und dann mit so einer Hand. Das kann auch ein anderes Katapult sein. Es muss acht haben und es muss dieses Handzeichen haben. Dann lege diese Karte neben eine andere mit demselben Namen und die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Das heißt, anstatt acht 16, die andere hat auch 16, dann habt ihr auf einem Feld 32. Wäre super. So, ähm. Mein Deck. Ich zeige euch das einfach mal in dem Spiel. Mein Deck sieht, äh, wie folgt aus. Ich habe natürlich, wie gesagt, den Anführer drinne. Volltest. Der Anführer des Nordens. Traumhafte Karte. Ich habe ein paar Epics hier drinne. Das ist einmal Sirella. Die ist ziemlich stark mit 15. Dann Jennifer von, äh, Wengerberg. Das ist eine super Legendary Karte, die nicht kaputt gemacht werden kann. Dann mein Vernon Roch. Esterath Thyssen. Und dann habe ich noch so ein paar Pluskarten. Genau. Super, habe ich es noch vergessen. Den Spion. Ganz wichtig. Spione sind mega wichtig für das Deck. Damit könnt ihr eure Karten erweitern. Je niedriger der Spion, ich erkläre euch jetzt gleich erstmal warum. Je niedriger der Angriff hier oben ist, des Spions, desto besser ist die Karte. Weil den Spion legt ihr auf das Feld des Gegners. Dadurch bekommt der Gegner diese Kraft, die die Karte hat. Und ihr könnt aus eurem Deck zwei neue Karten ziehen und zu eurem Platz legen und die Karten spielen. Das heißt aber, ihr gebt dem Gegner die Chance, vier Angriffe zu kriegen und dich damit zu schlagen. Das heißt, ihr müsst genau überlegen, wie am besten ihr die Karten einsetzt. Spione sind extrem wichtige Karten. Lege diese Karte, steht es auch nochmal drin, auf das Schlachtfeld deines Gegners. Sie wird auf die Gesamtstärke deines Gegners angerechnet und ziehe zwei Karten von dem Nachziehstapel. Das heißt, der Nachziehstapel sind die Karten, die noch liegen. Und man hat immer eine Handvoll Karten, mit denen man anfängt. Und damit ich das dann mal zeigen kann, das ist auf jeden Fall mein Deck hier. So sieht das aus. Ich habe drei Finden, ich habe drei Horn des Kommandanten, ich habe drei Verbrennungen drin, weil die Karten extrem wichtig sind. Extrem dichter Nebel, strömender Regen nehme ich nicht mit. Kann ich aber auch nochmal super erklären, die Karten. Also, klirrende Kälte ist die Nahkampfklassen. Also, es gibt eine Reihe für Nahkampf, eine Reihe für Fernkampf und eine Reihe für diese Geschosse. Und es gibt klirrende Kälte, mach das, setzt die Stärke aller Nahkampfkarten beider Spieler auf 1. Das heißt, alle Karten, die da drin sind, wenn die jetzt zum Beispiel so eine Nahkampfkarten sind, zeige ich euch mal hier, mit 5 wird die auf 1 runtergesetzt. Ganz einfach. Liegt aber eine Nahkampfkarte, eine Heldenkarte, so wie der hier drin, mit 10, ist die unberührt davon. Das heißt, die Karten sind unberührt von den Karten, wenn der Gegner das macht. Das heißt, wählt ihr so eine Karte aus, ist die klirrende Kälte aber auch auf eurer Seite. Die ist auf beiden Seiten. Das ist das. Ihr müsst also logisch euer Deck zusammenwürfeln. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, okay, ihr habt keine Fernkämpfer, dann legt ihr extrem dichter Nebel. Der Nebel ist genau das gleiche, setzt die Stärke aller Fernkämpfer bei beiden Spielern auf 1. Bei strömenden Regen ist es genau das gleiche. Die Belagerung beider Spieler wird auf 1 gesetzt und gutes Wetter ist, alle Effekte, Wetterkarten, klirrende Kälte, extrem dichter Nebel, strömender Regen wird weggemacht. Das heißt, damit könnt ihr das wegwischen. Das brauchen wir aber nicht, da wir ja den Anführer dabei haben, was ihr aber erst später kriegt. Das ist jetzt nur so ein bisschen Grundlage, ich erkläre die Karten, damit ihr so ein bisschen wisst, wie das so läuft. So, jetzt gehen wir mal eine Runde spielen gegen jemanden. Ne, ich will deine frühe Kollektion nicht sehen. Ich will Karten spielen. So, da könnt ihr dann Wetteinsatz machen, 10 festlegen, 10 höher geht's nie. Wir machen einfach mal, wir bleiben bei 5. Und ich will Karten spielen. So, jetzt fängt immer eine Fraktion an. Hier könnt ihr jetzt ausführen, mit welchem Kartendeck ihr spielen wollt. Wir bleiben natürlich bei dem nördlichen Königreich und fangen an. Ich beginne. Das heißt, ich habe jetzt am Anfang auch, am Anfang kann ich jetzt erstmal mein Deck sehen. Und ich sehe, ich habe einen Spion drin, was super ist, den lasse ich drin. Und ich kann zwei Karten rausnehmen aus meinem Deck oder ich lasse sie drin. Ich habe zwei Epic-Karten drin, das heißt 20 Punkte plus, schon mal die mir nicht weggenommen werden können in einer Runde. Dann habe ich die Karte wieder drin mit zerstört die stärkste Nahkampfeinheit beim Gegner. Die behalte ich natürlich auch im Deck. Erstmal schön safe lassen alles. Das ist die Karte mit dem Plus, hatten wir geklärt. In der zweiten Runde kann man diese Karte erst, man kann sie vorher auch schon benutzen, aber am besten erst in der zweiten Runde, weil dann liegt hier unten, hier liegen die Karten, die ich gesetzt habe in der ersten Runde. Und mit der Karte lege ich eine Karte aufs Feld und kann eine Karte mir auch suchen von dem, die ich wieder zurück ins Spiel bringen will. So weit, so gut. So, haben wir das mal geklärt. Horn des Kommandanten, super Karte, können wir alles so lassen. Wir drücken B zum Abbrechen und fangen an zu spielen. So, die Runde beginnt. Ich bin am Anfang dran mit Zug. Und wenn ihr einen Spion habt, legt als erstes immer den Spion. Jetzt kriegt ihr zwei Karten vom Stapel, zack. Und da habe ich die Verbrennung bekommen. Und einmal das. So, der Gegner passt, weil er jetzt gesehen hat, okay, ich habe ihm einen Spion gegeben. Das heißt, ich mache das jetzt so, ich setze jetzt eine Sechserkarte. Damit gewinne ich die erste Runde. Man sieht dann auch hier schön, das sind die Ballisten, die Fernkämpfer. Und hier kommen die Nahkämpfer rein. Hier können die Spezialkarten reingelegt werden, wie das Horn. Das kann immer in eine Reihe gelegt werden. Und das sind die Punkte für die Runden. Man kann in einer Runde auch passen, zum Beispiel. Wenn ich passe oder der Gegner hat jetzt gepasst, das heißt, er darf keine weitere Karte ziehen. Und ich kann so lange weiter Karten legen, bis ich passe. Oder ich keine Karten mehr habe und dann eh verloren habe, wenn ich weniger Punkte habe als er. Das ist eigentlich ganz simpel erklärt. Jetzt hat er eine Karte mit einer 5 durch mich gekriegt. Hat hier 5 Punkte und insgesamt hat er 5 Punkte. Ich habe eine Karte mit 6 gelegt. In der Reihe habe ich 6 Punkte. 6 Punkte, ich habe gewonnen. Damit passe ich die erste Runde und gewinne. Ich hoffe, man versteht das alles. So, jetzt kommt der Clou. Ich hatte ja... Diese Karte habe ich ja hier jetzt in dem Totendeck drin, die ich nicht mehr verwenden kann. Denkste. Jetzt könnte ich diese Karte setzen, die natürlich nur... Man sieht das hier immer an dem Zeichen, was für eine Karte das ist. Das ist eine Ballistik, oder wie das nochmal heißt, also eine Ballistik-Frau. Die Karte kann ich hier reinlegen und dann kann ich vom Deck diese Karte gleich wieder mitnehmen. Dann kann ich gleich vom Deck diese Karte noch wieder mit reinnehmen. Was ich jetzt nicht gemacht habe, weil ich da was weggeklickt habe. Ist nicht so schlimm. Man sieht jetzt, er hat eine Heldenkarte gelegt. Die kann ich nicht zerstören. Auch nicht mit einem von diesen Karten hier. Da warte ich dann nochmal ab. Ich lege jetzt auch erstmal eine Heldenkarte rein. Damit ich mit ihm fast gleich auf bin. Ich habe 5 Punkte mehr, weil 15 plus 5. Sieht man ja immer durch die Reihe. Es wird immer addiert. Er hat Zirel. Jetzt sind wir wieder gleich auf, wenn ich meine andere Heldenkarte noch hinlege. Und dann schauen wir mal, was er macht. Jetzt macht er das plus 1. Können wir uns gleich auch mal angucken, die Karte. Verstärkt alle Einheiten in der Reihe plus 1 sich selbst ausgenommen. Das heißt, die Karte verstärkt die Karten, die neben ihm liegen, plus 1. Nur nicht er selber wird verstärkt. Soweit wird das schon mal geklärt. Dann legen wir jetzt nochmal eine Karte in den Ferienkampf. Meine 8er Karte. Er legt eine Nahkampfkarte. Ich könnte jetzt diese Karte legen. Und dann diese Karte zerstören. Da er ja sein komplettes Deck 30 hat. Und das muss über 10 sein, damit eine Heldenkarte zerstört wird. Diese beiden kann ich nicht zerstören. Weil das sind Epic-Karten. Deswegen setze ich die Karte erstmal noch nicht ein. Und mache erstmal was anderes. Ich setze auch die gleiche Karte wie er ein. Und schaue, was er vorhat. Wir müssen... So. Und jetzt ist für mich so der Moment gekommen, wo ich mir sage, hm, okay, jetzt hat er seine Truppe verstärkt. Man sieht, das Horn hat er auf die Reihe gesetzt vorne. Man sieht, die Heldenkarten, wie gesagt, sind davon ausgenommen. Nur die Karte wurde halt verdoppelt von 5 auf 10. Das heißt, wir überlegen jetzt mal ganz anders. Ich muss ihn diese Runde schlagen, weil sonst verliere ich vielleicht... Ich habe doch 6 Karten. Das sieht man 6... Also links auf der Seite, neben meinem Kopf. Da sind Karten 6 und er hat noch 5. Das heißt, ich werde jetzt die Karte einsetzen hier und die 10er-Karte bei ihm auf dem Deck vernichten. Das heißt, er hat nur noch 26 Punkte. Ich werde jetzt nochmal eine Nahkampfkarte legen. Super. Könnt ihr die auch nochmal sehen? Rittersporn ist eine Karte mit einem Horn. Verdoppelt die Stärke aller Einheitskarten in dieser Reihe. Maximal eine Karte pro Reihe. Das heißt, eine Karte in der Reihe wird verdoppelt gestärkt. Das heißt, die Karte, die ihr jetzt gespielt habt, ist eigentlich nutzlos, weil die profitiert nur von dem Horn. Von der Karte hier. Von Horn des Kommandanten. Weil die Karten nicht gepusht werden können. Das heißt, ich werde jetzt auch mal ein Horn des Kommandanten setzen. Und natürlich in die obere Reihe, weil die hat 36. Da kann ich aber nur die 7, die 5 und die 4 erhöhen. Wartet mal. Mal mal rechnen. 7, 5, 9. Das sind 16. Okay, und das sind 13. Das heißt, 16 wird dann verdoppelt. Das ist dann schon besser. Hier sind nur 13. Das heißt, da hatte ich ein paar weniger. Das heißt, hier werde ich das reinmachen. Dann werden die verstärkt. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 65 Punkte. Er setzt wieder die Karte nebeneinander. Die eine Karte pusht die andere und die andere pusht die andere Karte immer plus 1. Was ihn aber nichts mehr bringen wird, glaube ich. Ich setze jetzt nochmal einmal die Karte ein. Jetzt kommt der extrem dichte Nebel. Jetzt könnt ihr schön sehen, super, dass er die gespielt hat. Hier stehen dann immer die Ereigniskarten drin. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, die ist jetzt von 5 auf 1 gesunken und die von 4 auf 1 gesunken. Ich könnte jetzt diese Karten spielen. Damit würde ich mir aber keinen Gefallen tun, weil die Karten, was haben wir gesagt, zerstören ja nur die stärksten Karten auf dem Schlachtfeld. Also auch meine Karten. Das heißt, wenn ich diese Karte jetzt einsetzen würde, würde ich diese Karte zerstören. Wenn ich die Karte einsetzen würde, würde ich die Karte zerstören. Die und die sind eh ausgenommen. Das heißt, ich würde nur mich kaputt machen und nicht ihn. Das heißt, ich denke mal, er hat jetzt keine Karte mehr. Spekulier jetzt darauf. Wird jetzt meinen König einmal einsetzen. Dass der Nebel wieder weg ist und ich meine volle Stärke von den Karten wieder zurückbekomme. Und er hat nur noch den Sonnenschein. Und damit hat er eigentlich auch schon verloren. Dein Gegner, er passt, weil er eh keine Karten mehr hat. Ich bin noch am Zug. Ich könnte mich jetzt nur noch selber kaputt machen. Deswegen passe ich und gewinne das Spiel. Und hoffe, ich konnte euch damit mal so ein bisschen näher bringen, worum es in Gewinnt ungefähr geht. Wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, schreibt es fleißig in die Kommentare. Ich werde alles beantworten. Das war so ein kleines Tutorial-Guide-Ding von mir. Hab mal ein bisschen die Karten erklärt, wie das so funktioniert. Und ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Gewinnt spielen. Denn das Spiel ist super genial, Leute. Spielt das so oft ihr könnt, überall wo ihr könnt. Und versucht die Gegner zu schlagen. Speichert wenigstens vorher und versucht den einfach immer wieder zu besiegen. Hauptsache, ihr gewinnt eine Karte. Ihr könnt von jedem Gegner, der auf dieser Welt bei The Witcher 3 rumläuft, eine Karte gewinnen. Das heißt, ihr könnt einmal gegen den gewinnen und gewinnt eine Karte. Ansonsten ist es nur noch Geld oder ihr gewinnt Kohle oder was auch immer. Wir können mal sehen. Ich passe mal. Ich habe die Runde gewonnen. 70 zu 37. Dann sieht man die Runden. Es gibt insgesamt immer nur drei Runden. Und jetzt habe ich gewonnen. Und dann sieht man, ich habe die 10 Kronen gewonnen. Das Doppelte. Und ich habe Blei gekriegt. Vorher hätte ich eine Karte bekommen. Und die wird dann immer zu meinem Deck zugespielt. Das ist immer verschieden, was für Karten man bekommt. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.